Wir sind ein paar tausend Jahre immer unbewusster geworden. Immer dunkler, immer dunkler. Und irgendwann ist der Wendepunkt erreicht und dann werden wir bewusster. Das ist ganz natürlich so, ist immer so. Und irgendwann geht es auch wieder ins Dunkle runter. Aber über mehrere Jahre, mehrere tausend Jahre. Also könnte irgendwann auch für mich der Punkt gekommen sein, wo es dann sich einfach ändert. Und das war ziemlich zügig, weil wir in einer Zeit sind, wo der Wandel stattfindet, wirklich stattfindet. Also er hat begonnen vor, keine Ahnung wie vielen Jahren, vielleicht vor 100, 200, 300 Jahren, weil er nämlich vorsichtig langsam beginnt und dann irgendwann exponentiell ansteigt. Hey, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview. Mein Gast heute, Stefan Mayer, Bewusstseinslehrer. Ja, es ist sehr, sehr spannend über diese Themen, die wir heute reden werden. Lesen im Bewusstseinsfeld. Überhaupt, was ist das Bewusstseinsfeld? Natürlich werden wir die aktuelle Zeit ansprechen. Und auch ein bisschen Stefans Weg, denn es ist ja gerade jetzt eine Zeit, in der viele, ja, den Weg zu sich selbst gehen. Und manche müssen ihn gehen, so wie du, lieber Stefan. Du wurdest vor ein paar Jahren vom Universum dazu gezwungen. Deine Beine haben gesagt, jetzt ist Stopp. Jetzt gehst du deinen eigenen Weg. So geht es nicht weiter. Vielleicht magst du da kurz, vielleicht mal drauf eingehen. Aber erst mal die Frage, wie geht es dir? Ja, Felix, Hallöchen. Hallo an alle. Heute geht es mir sehr gut. Ich habe einen Weg hinter mir, der jetzt wirklich so elf Jahre, gute elf Jahre andauert. Mein spiritueller Weg, der ist aus dem Nichts gestartet. Und heute bin ich an einem Punkt, wo ich mich sehr wohl fühle mit mir selbst. Ich habe immer noch Aufgaben. Es gibt immer noch Herausforderungen, Themen, die ich zu lösen habe, Lernaufgaben. Aber ich habe mich im Laufe der Zeit wirklich an einen Punkt entwickelt, auf einem Plateau mich entwickeln dürfen, wo es gut ist. Und das kann ich schon mal als erstes des Interviews sagen. Es ist definitiv möglich. Denn, nehme ich mal gleich deine Frage auf, ich komme von ganz woanders her. Ich war ein ganz klassischer Kopfmensch. Ich wollte Karriere machen. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ich wollte in der Wirtschaft arbeiten, Geld verdienen, einen Firmenwagen haben. Und dann hat mein Leben mich gestoppt. Und wirklich von heute, von jetzt auf gleich, von einer Sekunde auf die andere, hat mein Bein geschmerzt, überhalb des Sprunggelenkes. Das war so stark, als ob es gebrochen war. Ich war im Krankenhaus, habe mich untersuchen lassen. Keiner hat eine Ursache gefunden. Ich wusste nichts von Spiritualität. Ich wusste nichts von alternativer Medizin, alternativen Informationen. Ich wusste gar nichts. Und hatte dann große Sorgen, weil nach drei Wochen ist das Gleiche nochmal passiert. Ich lag zu Hause, mit Schmerzen in dem rechten Bein. Und dann auf einmal, zack, aus dem Nichts, im linken Bein genau das Gleiche, als ob ich mir im Liegen das Bein gebrochen hätte. So, und so ging mein Weg los. Ich habe dann versucht, dafür eine Lösung zu finden, weil die Ärzte gesagt haben, hier, da ist nichts organisch. Es waren riesige Schmerzen. Ich konnte nicht laufen. Also musste ich dann was finden. Habe erst mal den Job gewechselt, weil ich dachte, vielleicht hängt es da dran. Habe irgendwie versucht, im Außen was zu verändern. Und bin dann irgendwann zu einem Workshop gekommen, ja, der mein Leben verändert hat und der mich da in die Spiritualität reingeführt hat. Ich wollte es nicht, war nicht aktiv gewählt, aber es war nicht anders möglich. Durch Schmerz, durch Leid bin ich da auf meinen Weg gekommen. Was meinst du, was ist das gerade für eine krasse Zeit, in der so Menschen wie du, die voll in der Materie leben und diese Ziele haben, plötzlich so auf diesen spirituellen Weg gebracht werden und dann da auch so drin aufgehen. Also ich meine, das ist ja unglaublich, wenn man sagt, elf Jahre ist ja jetzt keine große Zeit. Fühlt sich das jetzt so an, als wäre das etwas, was du auf jeden Fall machen musstest? War das auch eine Art Erwachen oder wie nimmst du das jetzt wahr, dass das sich so gefügt hat? Man kann diese ganzen, fast alle Fragen, die wir so haben oder alle Themen, die man anschauen kann, kann man auf unterschiedlichen Ebenen betrachten. Man könnte jetzt hier sagen, auf einer etwas unteren Ebene, rein menschlich betrachtet, hat dieser Weg von Stefan, das war nicht der wahrhaftige Weg. Es war einfach etwas aus dem Kopf, etwas Ausgedachtes, etwas aus Sorgen, aus Ängsten, aus etwas Übernommenen vom Vater, von dem Bruder und aus früheren Leben hat es sich dahin kanalisiert, dass ich meine, das wäre mein Weg und um den zu gehen und die Natürlichkeit, das Leben, hat irgendwann gesagt, nein, das ist nicht wahr. Es hat quasi aufgrund einer gewissen Energieerhöhung, die auf der Erde stattfindet, eine Art Wandel, ist irgendwann die Energie wie durchgebrochen zu mir und hat mir quasi unmissverständlich klargemacht, du gehst einen Weg, der nicht deiner ist, stopp, über ein starkes Symbol, die Beine funktionieren nicht mehr. Der Körper spricht ja symbolhaft oder das Leben spricht symbolhaft zu uns. Das wäre eine Ebene, also du gehst nicht deinen Weg, stopp, keinen Schritt weiter. Eine höhere Ebene könnte man auch sagen, ja, es gab diesen Seelenplan, wo klar war, du kommst hier auf die Erde, du bist erstmal drin in der Materie, es geht darum, hier etwas zu verändern, erstmal für das Wesen persönlich, was ich bin und dann geht es auch darum, dass sich für die Erde komplett etwas verändert und wenn man wirklich was verändern möchte, ist es gut, wenn man das kennt, woraus man sich herausentwickeln möchte. Also bin ich erstmal 28 Jahre rein in diese Geschichte, um sie wirklich zu kennen, weil ich kenne das, ich weiß, wie es ist, wenn man Sachen hinterherläuft, ich weiß, wie es ist, wenn man Alkohol trinkt, wenn man sich nicht so gesund ernährt, ich kenne diese ganzen Dinge und dann auf einmal, wumm, ging es aber auf, das Potenzial. Also könnte man auch sagen, es ist ein Seelenweg und auf einer noch höheren Ebene würde ich sagen, alles läuft in gewissen Zyklen ab. Also so wie sich das Sonnensystem um eine Zentralsonne dreht, so gibt es auch Abläufe in der Bewusstwerdung und vor allem auch in der gegensätzlichen, in der immer unbewusster Werdung. Wir sind ein paar tausend Jahre immer unbewusster geworden, immer dunkler, immer dunkler und irgendwann ist der Wendepunkt erreicht und dann werden wir bewusster. Das ist ganz natürlich so, ist immer so. Und irgendwann geht es auch wieder ins Dunkle runter. Aber über mehrere Jahre, mehrere tausend Jahre. Also könnte irgendwann auch für mich der Punkt gekommen sein, wo es dann sich einfach ändert und das war ziemlich zügig, weil wir in einer Zeit sind, wo der Wandel stattfindet, wirklich stattfindet. Also er hat begonnen vor keine Ahnung wie vielen Jahren, vielleicht vor 100, 200, 300 Jahren, weil er nämlich vorsichtig langsam beginnt und dann irgendwann exponentiell ansteigt. Und da sind wir jetzt drin, wir sind im Anstieg, die Leute erwachen, es geht wirklich bumm, es fällt manchen wie Schuppen von den Augen, wie konnte ich das vorher nicht sehen? Dann denkt man, warum kannst du das nicht sehen, warum kannst du das nicht sehen? Aber es sehen nicht alle sofort alles, jeder für sich. Und ja, wir sind mittendrin, so war auch mein Weg. Alles kann man auf unterschiedlichen Ebenen betrachten, das sollte man nicht vergessen, es gibt nicht nur diese eine Wahrheit. Ja, ja, wunderbar. Ja, sehr schön. Also ich finde es total spannend, in welcher Zeit wir gerade sind und dass das jetzt so abgeht. Würdest du sagen, vielen steht noch so ein Erlebnis bevor oder ist jetzt auch, sag ich mal, du machst viele Seminare, es ist jetzt über 100 Workshops gegeben schon, siehst du da auch eine Veränderung bei den Teilnehmern, wenn es mehr sind, vielleicht auch mehr dabei, die erst vor kurzem das Erlebnis hatten und der Weg bis jetzt ist erst sehr gering, aber man würde schon sagen, boah, was ist da alles frei geworden, so wie gesagt, mir fällt es die Schuppen vor den Augen. Ist das etwas, was du beobachtest, was jetzt zunimmt in letzter Zeit, auch in dieser kurzen Zeit, der elf Jahre schon? Ja, absolut, kann ich sehr deutlich sehen. In meinen ersten Seminaren, da waren Teilnehmer, die sich schon sehr auch mit solchen Sachen beschäftigt haben. Die haben Yoga gemacht, die haben sich um Ernährung schon bemüht und sind dann irgendwann als Ergänzung oder als Summe daraus zu meinem Kurs gekommen. Bei uns geht es schon relativ tief mit dem Bewusstseinsfeld. Man kommt sehr tief an die Themen ran, sehr schnell, kann sehr intensiv Sachen lösen und heute kommen alle. Heute habe ich Steuerberater, ich habe Ingenieure, IT-Experten, die sagen, ja, ich habe jetzt noch gar kein Seminar gemacht, ich habe das gelesen und dachte irgendwie, ich muss da hin und sind dann da, wissen gar nichts und steigen gleich in ein sehr tiefes spirituelles Thema ein. Denn das Bewusstseinsfeld, sich damit zu verbinden mit diesem eigenen erweiterten Bewusstsein, mit diesem großen, weiten Raum, wo alle Informationen drin sind, der aber auch sehr liebevoll ist, das ist schon eine echte Nummer, weil man auf einmal merkt, was hier alles für Möglichkeiten sind. Und man fängt an, hinter die Themen zu schauen, wo man vorher nur gemerkt hat, oh, in meinem Leben geht es nicht weiter, da ist eine Wand, ich weiß nicht, was los ist, ich fühle mich traurig, ich komme nicht aus dem Bett, was ist es denn, auf einmal fängst du an, durch das Bewusstseinsfeld dahinter zu schauen und merkst und siehst und verstehst, was sind die Ursachen dafür und kannst sie auch auflösen. Das ist wirklich eine Nummer und dieser stellen sich ganz viele Menschen, weil sie entweder Stress haben, weil sie merken, ich bin krank, ich fühle mich nicht wohl, irgendwas geht hier nicht weiter oder auch aus einem Antrieb heraus, das sind aber noch die Wenigeren, die sagen, es interessiert mich, ich merke irgendwie, hier zieht mich was, hier geht es weiter. Also es ist oft der Stress, es ist immer wieder das natürliche Entwickeln und es geht heute viel schneller als früher, es betrifft viel mehr Menschen als früher, also ich sehe eine absolute Veränderung. Lassen Sie uns nochmal kurz diesen Begriff Bewusstseinsfeld ein bisschen oder ein bisschen erläutern, ein bisschen darauf eingehen. Es ist ja jetzt so, es gibt das morphogenetische Feld, die Akasha-Chronik, das Bewusstseinsfeld, also die Verbindung mit dem Höheren Selbst, vielleicht magst du kurz die Unterschiede aufzeigen und was das Besondere am Bewusstseinsfeld ist, an der Arbeit mit dem Bewusstseinsfeld. Also wir sind ja grundsätzlich ein geistiges Wesen, also wir sind nicht nur dieser Körper, wir sind geistiger Natur, es gibt einen geistigen Raum, wo, wenn man diesen geistigen Raum betritt, diese erweiterte Ebene, dann irgendwann dieses Personalisierte aufhört. Da gibt es dann nicht mehr Stephans Raum, sondern das ist dann ein Raum, den man auch auf eine Art und Weise teilt mit anderen. Das ist aber relativ schwierig zu beschreiben. Also sagen wir mal, es gibt einen geistigen Raum, ein geistiges Feld und dieses geistige Feld hat, wie man sich auch bei einem Haus vorstellt, unterschiedliche Bereiche, also unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Dimensionen. Also da gibt es eine hohe Schwingung, eine noch höhere, noch höhere, noch höhere. Manche kennen das auch von geistigen Wesen, da gibt es einfach sehr weit entwickelte geistige Wesen, welche, die sind wirklich gut, aber noch nicht ganz so hoch und so ist es auch im Feld unterschiedliche Ebenen, die unterschiedliche Aufgaben haben und die kriegen dann auch eine unterschiedliche Benennung. Zum Beispiel das morphogenetische Feld, da kann man, um es mal ganz einfach zu sagen, das Benennen als eine sehr intelligente Datenbank, zum Beispiel ein morphogenetisches Feld der Erde, was für die Erde zuständig ist, da sind Informationen drin, die die Form bilden. Also wie sieht alles auf der Erde aus, wie bilden sich die Körper, wie bilden sich alle anderen Formen und gleichzeitig nimmt es Informationen auf und zwar alle, die, die auf der Erde stattfinden. Also es ist eine Datenbank von sehr hoher Intelligenz, alle Informationen gehen dort rein, alles was wir denken, alles was wir fühlen, alles was wir entscheiden und genauso gut kann man Informationen abrufen. Also was ist die Ursache dafür, dass etwas wehtut, dass etwas schmerzt. Ich habe das Lesen in diesen Feldern auch gelernt im morphischen Feld, morphogenetischen Feld und irgendwann kam dann eine Information für mich, dass es noch etwas darüber gibt. Also man kann sich das einfach vorstellen, wenn im morphischen Feld alle Informationen drin sind, die auf der Erde stattfinden, gibt es da nicht nur Liebe und Wohlwollen. Hier auf der Erde gibt es auch Angst und Hass und Missgunst. Das heißt, die Frequenz ist beschränkt. Es geht über eine gewisse Ebene der Entwicklung nicht hinaus in diesem Feld. Und mir hat sich irgendwann das Bewusstseinsfeld gezeigt als ein Raum, als ein Teil des Feldes, der über dem morphischen Feld schwingt, der sehr frei ist. Man könnte es übersetzen mit Energie der neuen Zeit. Da ist diese Schwere nicht mehr drin. Da ist drin, ich verbinde mich mit meinem Potenzial. Ich komme in Verbindung mit anderen. Ich komme in Verbindung mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Fähigkeiten. Und gleichzeitig ist dieses Bewusstseinsfeld aber in der Lage, wenn ich etwas Schweres zu bearbeiten habe, Traurigkeit, eine alte Verletzung aus der Kindheit, dann kann es diese Information sinnbildlich aus dem morphischen Feld nehmen, mir zeigen, ich bearbeite sie und es legt sie dorthin zurück. Das heißt, im Bewusstseinsfeld gibt es diese schwere Information nicht. Es ist dadurch viel leichter, viel freier, viel intensiver. Und die Akasha-Chronik zum Beispiel ist ähnlich dem morphischen Feld, meines Erachtens einfach auf einer höheren Ebene. Es ist immer wieder so, dass mit diesen Worten, die da benutzt werden, manchmal benutzen manche Menschen das gleiche Wort, meinen aber etwas Unterschiedliches. Und manchmal nehmen sie unterschiedliche Worte und meinen aber das Gleiche. Also ich habe Leute erlebt, die sagen, ich lese im morphischen Feld, andere sagen, ich lese in der Akasha-Chronik. Mein Gefühl war, die sind im gleichen Feld. Und deswegen ist es gar nicht so wichtig, sich an diesen Worten festzuhalten, sondern eher für sich zu fühlen, womit gehe ich in Resonanz? Was ist mein Resonanzfeld? Bei welchem Mensch merke ich, da schwinge ich mit? Also es gibt ein Feld, da gibt es unterschiedliche Bereiche, wie unterschiedliche Aufgaben, auch unterschiedliche Energiequalitäten. Es kommt oft darauf an, womit kann man sich verbinden? Das Bewusstseinsfeld ist für mich relativ hoch schwingend. Es ist frei, es ist ein Lernfeld. Es ist aber gleichzeitig auch ein Teil unseres höheren Bewusstseins. Also es gehört auch wie zu uns. Es ist nicht etwas im Außen oder etwas von mir jetzt an jemanden gegeben. Sondern es ist unser Raum, den wir uns da wieder erschließen. Das ist auch so ein bisschen die Verbindung zum höheren Selbst. Oder das höhere Selbst ist da irgendwo auch beheimatet, ist das so in der Art? Man kann es so sagen. Also ich sage auf der einen Seite, ja, es ist wie das höhere Selbst und gleichzeitig sage ich auf der anderen Seite auch nicht. Denn ein höheres Selbst ist ja quasi das Selbst, was ich hier kenne, mein Selbst. Und jetzt mache ich daraus ein höheres Selbst. Das bedeutet nämlich, dass ich aus dem, was ich hier bin, mir überlege, was ist das höhere? Das ist irgendwie so ähnlich wie ich, bloß höher. Das ist nämlich eine kleine Falle darin, im höheren Selbst. Ich mag es mehr, wenn man es freilässt und sich nicht vorstellt und es auch nicht benennt. Und deswegen sage ich, ja, beides. Es ist wie das höhere Selbst, aber ab einer gewissen Entwicklungsstufe darf man dieses Verständnis, dieses Glauben an höheres Selbst gerne auch wieder loslassen, weil es nämlich uns in einem gewissen Rahmen auch fühlen und denken lässt. Das ist ganz natürlich. Das ist so ein bisschen wie mit Gott. Auch wenn man nicht möchte, ein kleines bisschen, wenn man an Gott denkt, hat er einen weißen Bart. Ein kleines bisschen, weil es dieses Bild irgendwoher gibt. Und irgendwie ist es doch irgendein Mann. Dann macht man aber auch noch die weibliche Form, okay, dann ist es auch eine Frau. Also man begrenzt es dadurch trotzdem ein wenig. Und erst wenn man es nicht mehr benennt, dann öffnet es sich noch weiter. Okay, das ist sehr spannend. Das heißt für dich, diese Worte und diese Begriffe sind erstmal Sprungschanzen, aber eigentlich willst du gerne darüber hinausgehen, so in der Art. Und das machst du dann auch konkret? Absolut. Es sind Konzepte und es sind Modelle, Erklärungsmodelle, weil wir schauen quasi von unten mit unserem Verstand und sehen dann etwas, das Bewusstseinsfeld oder die Seele oder Gott, können es aber niemals ganz beschreiben, benutzen dafür Worte, benutzen Modelle. Das ist auch in Ordnung bis zu einem gewissen Punkt, wo ich merke, jetzt begrenzt mich das Modell und jetzt lasse ich es wieder los. Und wenn man das schon vorher weiß, dass man diese Glaubensmodelle gerne wieder loslassen kann, dann ist es gut, dann ist es nämlich leicht, wenn ich an den Punkt komme, es auch zu tun. Ah, okay. Deswegen sagst du es schon ziemlich am Anfang, weil es ist ja so, dass für eine längere Zeit das schon gut ist, ein paar Ideen zu haben und sonst wird es halt zu früh, also das ist meine Empfehlung, jetzt wenn ich das so höre, kann man es auch zu früh loslassen, dann ist man so im leeren Raum, also dass man dann auch keine Orientierung mehr hat. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, Orientierung. Und wir können uns ja an so Begriffen orientieren. Wie siehst du das? Also wie weit macht es Sinn, sich zu orientieren oder wie machst du es jetzt vielleicht gerade persönlich? Woran orientierst du dich? Wenn du sagst, du hast es schon losgelassen, das ist ja eine Frage, ne? Die Antwort darauf ist relativ einfach, jeder muss für sich fühlen, was dran ist. Das ist ganz wichtig, weil es gibt immer unterschiedliche Entwicklungsebenen und du kannst auf den Erleuchtenden treffen, der sagt, lass alles los. Aber du bist überhaupt nicht an diesem Punkt, das geht gar nicht, du kannst es überhaupt nicht machen. Also jeder fühlt bitte für sich, was ist wichtig. Für mich ist es so, Orientierung, meine Orientierung ist das Loslassen und Auflösen. Also quasi das Gegenteil von Orientierung. Ich merke für mich, dass immer, wenn ich etwas loslasse, wenn ich mich traue, etwas nicht mehr zu sein, wenn ich mich traue, an etwas nicht mehr festzuhalten, habe ich Phasen, wo ich, nehme ich mal deine Worte, orientierungslos bin, das organisiert sich aber neu und das organisiert sich in eine höhere Ebene, wo ich dann merke, wow, ich muss jetzt weniger machen, Stefan hat keine Orientierung mehr, aber es ist eine natürliche Orientierung da und das muss man aber für sich selber fühlen. Es bringt sicher nichts zu sagen, oh wow, was der erzählt, gefällt mir, jetzt lasse ich einfach alles losgehen, die völlige Orientierungslosigkeit und das wird jetzt für mich der Zustand sein, das kann auch verwirrend sein. Also es darf gerne natürlich aus einem herauskommen und dann darf man sich aber trauen, wenn du merkst, ja, ich könnte das eigentlich loslassen, das mit der Orientierung, es dann loszulassen und dann merkst du auf einmal, dann geht der neue Raum auf. Also erst mal das alte Loslassen, dann kommt der neue Raum, wenn man Hilfe dafür braucht, ich habe meine Hilfe immer im Bewusstseinsfeld gefunden, da kann man reingehen, man verbindet sich, man stellt Fragen und bekommt klare Antworten. Also der Wirtschaftsingenieur, der ich früher mal war, der alles ordentlich wollte, alles effektiv, effizient, das habe ich so auch gefunden im Bewusstseinsfeld, nicht eins zu eins wie in der IT-Branche, aber dass es eine echte Führung gibt und auch, dass einem Dinge erklärt werden. Warum ist das so in deinem Leben? Oder was geschieht mit dir, wenn du das loslässt? Was passiert dann energetisch? Nicht, was wird in der Zukunft sein, aber die Prozesse auch mehr zu verstehen und das macht es so viel leichter und das hat meine Entwicklung quasi ja, ein Turbo gebracht. Das ging dann so auf und ich lerne heute noch neue Sachen. Ich bin heute im Bewusstseinsfeld noch drin, löse für mich Themen auf und dadurch werde ich immer freier und das ist wundervoll. Aber wer sich auflöst, ist dieser Mensch. Der wird weniger, auch die Gedanken darüber. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass alles fließender wird. Also ich bin trotzdem da, ich arbeite, ich habe Freunde, ich habe ein Leben, aber nicht mehr so angehaftet wie früher, sondern eher so, es passiert so von allein und ich merke, wie es geschieht. Ja, es ist toll. Das ist sehr spannend, hört sich sehr gut an. Wenn man jetzt von außen dich betrachtet, dann sieht man aber natürlich ein sehr geordnetes Feld auch. Also es ist alles gut strukturiert, du hast deine Arbeit, du hast Termine, du gehst dir an und ich finde es immer, also manchmal schwer zu verstehen, was das Loslassen bedeutet, wenn man jetzt mal zurückgeht, wenn man sieht, du hast noch gar nicht diese Positionierung, die du jetzt hast, aufgebaut. Du bist noch im Zweifel, mache ich das jetzt überhaupt, bleibe ich Wirtschaftsingenieur, gehe ich diesen Schritt raus. Wie würdest du da das Loslassen sehen und hast du das da auch so gemacht? War da für dich vielleicht auch schon der größere Schritt, das Alte loslassen und sich auf das Neue einlassen und dann aber, ja diese, für mich ist das manchmal so komplex zu verstehen, deswegen gehe ich da ein bisschen drauf ein, damit auch die Zuschauer das alles verstehen, weil viele sind da ja noch drin in diesem Prozess, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt meine Arbeit loslasse, wie ist das konkret, mache ich sie dann nicht mehr, habe ich dann aber nichts Neues, dann ist es ja auch ein Vakuum und es kann auch gefährlich sein manchmal, wenn man dann, ja das vielleicht nicht so, nicht richtig versteht oder vielleicht auch denkt, ich bin jetzt an dem Punkt, ich muss loslassen, alles loslassen, aber vielleicht ist es noch gar nicht dran, vielleicht ist noch gerade eine Festigung dran oder ein Schutzaufbauen dran oder so eine eigene Selbstfindung dran. Also es ist auf der einen Seite komplex und auf der anderen Seite sehr einfach. Grundsätzlich sehe ich so, man kann nicht einen Fehler machen. Wir können nicht wirklich Fehler machen, denn das, was funktioniert, wenn ich es schaffe, mich von einem Job zu trennen, dann gehört das irgendwo in meinem Leben dazu, denn ich bin mir sehr sicher, dass wir eine höhere Führung haben, dass höhere Ebenen auf uns wirken, da könnte man sagen, der eigene Seelenplan oder sogar das Ganze, der ganz große Plan des Leben. Also, was ich loslassen kann, gehört auf eine Art und Weise dazu und ist dann auch eine Erfahrung. Und ich habe für mich das so gesehen, dass am Anfang der Veränderung des Weges es erstmal so ist, dass man sich von Sachen freischüttelt und der größte Hinweis, den ich geben kann, ist, sich das nicht auszudenken, sondern die Informationen aus dem Körper zu bekommen. Hier aus dem Herzen, aus dem Fühlen oder irgendwo in einem Unwohlsein irgendwo im Körper. Also, nimm mal diese zwei Ebenen. Es gibt diese Ebene, die Informationen liefert und alles darunter. Und wenn du morgens zur Arbeit gehst und hast das Gefühl, ich fühle mich hier nicht wohl oder du gehst in eine Gruppe von Menschen oder in deiner Partnerschaft oder wo auch immer und du nimmst wahr, ich fühle mich nicht wohl, dann ist es definitiv dran, darüber nachzufühlen und auch zu denken, ob das was zum Loslassen ist. Wenn du der Meinung bist, naja, ich möchte mich genauso spirituell entwickeln wie der und jetzt lasse ich einfach mal alles los und dann merkst du eigentlich, dass das dein Denken darüber ist, dann wäre ich da sehr vorsichtig. Also, das Denken wirklich zu überprüfen, was denke ich und was nehme ich im Körper wahr. Und das immer wieder gegenseitig abzuwägen, das mache ich heute noch. Weil auch ich noch alte Gedankenmuster irgendwo habe, die mir irgendwas sagen. Es sind sehr viel weniger als früher, aber sie sind noch da. Also, das ist mal der Punkt, den ich finde, überhaupt, den man betrachten darf. Und dann verändert sich auf dem Weg Folgendes. Am Anfang steigt man aktiv aus. Man sagt, ich beende dies, ich traue mich, das zu machen, man macht viel. Ich will was Neues machen. Ich mache. Ich mache dies, ich mache das und dann merkst du, über die Zeit wird das Machen immer weniger und das Geschehen wird immer mehr. Früher habe ich nämlich Termine gemacht für Marketing. Habe geschaut, gibt es jemanden, der mich zu diesem Thema befragen möchte, kann ich irgendwo einen Artikel schreiben und irgendwann wirklich im Sinne des immer mehr Loslassens sind Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, Stefan, darf ich dich interviewen? Heute ist es so, dass ich schon gucken muss, wo ich die Termine noch unterbringe. Also es ist wirklich so, vom Machen hin zum Geschehen lassen. Das ist der große Unterschied. Ich habe immer noch viele Termine, ich habe viele Workshops, ich spreche auch mit einem Steuerberater, ich habe all diese Dinge auch, manche Sachen, die auch nerven, auch Troubleshooting und so weiter. Aber ich merke im Grundsatz, dass die Sachen geschehen, dass sie auch laufen und dass sie energetisch getragen sind. Dass es nicht ist, dass ich alles halten muss, alles immer zu tragen muss. Sondern ich bin eher der, durch den es geschieht, aber nicht der, der es macht. Und das ist ein großer Unterschied, das lässt dich abends leichter einschlafen, morgens leichter aufwachen, vom Machen zum Geschehen lassen. Zum Durchleben. Das ist für mich der große Unterschied der letzten, also vom ersten Jahr bis jetzt zum elften. Wunderbar. Ja, ganz, ganz schön. Das finde ich sehr schön, dass du es so gesagt hast. Und das ist auch etwas, wo man dann, denke ich, auch loslassen kann. Was wir heute haben, ist ja dieser Stress, diese Anspannung als ganz großes Problem in der Gesellschaft überhaupt. Und da nehme ich jetzt raus, dass es halt möglich, sozusagen viel zu machen. Aber wenn man es geschehen lässt und dann dabei ist und im Fluss ist, dann fühlt es sich vielleicht nicht so an. Und man kann, weil es ist ja so, du machst ja viel, du bringst ja viel zustande und viele Ergebnisse. Aber es ist halt, wenn ich das jetzt so richtig wahrnehme, für dich kein großer Stress, keine Belastung, weil es einfach so da ist. Du nimmst das Leben an. Ist das so in der Art? Ich habe auch das Gefühl, dass ich in Wahrheit gar nichts mache. Es ist schon so, dass ich irgendeine Art Wesen bin, durch das es geschieht. Aber wenn ich mich hinsetze, jemand fragt mich, Stefan, was ist mein Thema? Und ich gucke ins Bewusstseinsfeld. Dann ist die Information einfach da. Es ist nicht so, dass Stefan die irgendwie macht, sondern ich bekomme sie. Ich habe es erarbeitet, dadurch, dass ich viel losgelassen habe und ich kann diesen Raum wahrnehmen. Ich habe mich befreit. Aber es ist nicht so sehr, dass ich es mache. Und das ist auch das, was die Veränderung ist, dass man sich selber aufgibt auf diesem Weg. Und man gibt aber nicht das auf, was man wirklich ist, sondern das, was man nicht ist. Also diese Gedanken. Ich dachte, ich komme aus dieser Familie, ich bin dort geboren, ich habe diese Schulbildung. Also meine ganze Geschichte und am Ende, das bin ich. Und ihr werdet sehen alle, dass nach und nach auf dem Weg wird uns das genommen. Dann merkst du, du hast ein Selbstbild von dir, das teilen andere gar nicht. Nur teilweise. Du merkst auf einmal, du hast auch Anteile in dir, die hast du gar nicht gesehen. Und du denkst von anderen Sachen, du hast sie, aber die sind gar nicht so stark ausgeprägt. Also es ist alles eine sehr subjektive Sichtweise. Also uns wird nach und nach genommen, was wir glauben, was wir sind. Und dafür bekommen wir aber ganz viel. Wir bekommen, dass wir viel mehr sind. Aber dieses viel mehr ist nicht so menschlich immer greifbar, sondern es ist eher so, als ob es eine Energie ist, ein Raum, irgendwie ein gutes Gefühl, eine Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit. Und das lässt sich schwer beschreiben. Aber wenn das so in Verbindung kommt, du bist auf der einen Seite noch Mensch und hast auch deine Aufgaben hier, öffnest dir selber aber diese geistigen Räume. Und die öffnet man dadurch, durch dass man zu jemandem hingeht, der einen unterstützt, der das einfach kann oder schon gemacht hat. Oder indem man immer mehr auch die Sachen loslässt, in sich, die Glaubenssätze, die Sorgen, die Begrenzungen und dann öffnet sich dieser Raum und dann ist das natürlich. Also dieses Loslassen, das geschieht die ganze Zeit und das Leben fordert es auch ein. Und wenn man schon weiß, dass es darum geht und dass es auch anderen so ging, kann man es leichter gehen lassen. Weil wenn das Leben fordert, diesen Job herzugeben oder diese Festigkeit, dieses Festhalten hier oder diese Gedanken über sich selbst, dann kann man es leichter losgeben, wenn man weiß, ja, haben andere auch schon gemacht und danach kommt noch etwas. Jetzt ist es ja so, dass der Prozess an sich häufig einer ist, der wehtut, der einen an Punkte bringt, wo man nicht gerne hin möchte. Kannst du sagen, ab wann es bei dir überwiegt hat, dass dir klar war, hey, ich bin jetzt so durch eine grobe Sache durch. Es kommen natürlich immer noch weitere, andere Punkte. Aber dass man so eine Festigkeit hat, finde ich. Dass man sagt, okay, das ist jetzt erstmal wichtig, weil was ja auch passieren kann, ist, dass man so reingeht und dann wieder rausfällt und dann hat was ein wichtiges Thema, als was ich gerne ansprechen würde, weil wir sind beide ein bisschen jünger noch und in unseren Generationen gibt es ja auch ein großes Drogenproblem. Und viele versuchen, in dieses Feld einzutauchen mit Mitteln, die sie einnehmen. und ich habe viele kennengelernt, die auch verloren gegangen sind auf diesem Weg, die einfach dann das anders nicht mehr geschafft haben und zu viel in diese Richtung gegangen sind. Das heißt, so eine Festigkeit, man sagt ja auch mit den Beinen auf dem Boden stehen, so eine Stabilität im Leben. Wie siehst du diesen Punkt oder wie wichtig erachtest du das, das auch erstmal aufzubauen, bevor man sich irgendwo so hineingibt und so grob ist jetzt keine direkte Frage, vielleicht magst du einfach drauf eingehen. Also ich denke, es geht miteinander einher. Es geht grundsätzlich in der Bewusstwerdung, im persönlichen Prozess darum, dass wir harmonisch mit uns sind, dass wir in einer inneren Ausrichtung sind. Also so, als ob wir mit uns verbunden sind, als ob wir geistig auch hier sind und dadurch berühren wir auch die Erde. Dadurch sind wir quasi, stehen wir im Leben. Es gibt Anteile in uns, die flüchten wollen. Die, weil sie irgendwann Stress erfahren haben in der Kindheit, in früheren Leben, meinen, sie müssen dieses Leben, diesen Körper verlassen. Sie müssen hier weg. Es tut zu sehr weh. Und diese Anteile sind aber unbewusst. Das heißt, die ziehen uns immer wieder weg von dem Leben, wo wir in Wahrheit sind. Und weil wir das damit nicht umgehen können und uns keiner gezeigt hat, ja, was der Grund dafür ist und was wir machen können, dann flüchten wir uns. In Ablenkung. Und das gibt die einfachen Ablenkungen, Kaffee, Kuchen, YouTube. Und es gibt die etwas heftigeren mit Rauchen und Alkohol. Und dann kommen Drogen und dann kommen noch andere Sachen. Dann kommen andere Kicks dazu, um mich von etwas abzulenken, um mich zu fühlen. Und wenn ich aber beginne zu schauen, wer in mir ist eigentlich traurig, wer in mir ist einsam und merke, dass ich mich, obwohl ich ein junger Mann, eine junge Frau oder erwachsen bin oder schon 50, voll dachte, im Leben zu stehen, dann aber ehrlich bin und mich frage, gibt es Anteile in mir, die traurig sind? Dann merke ich, ja, gibt es. Und wenn ich die heile und löse, und dafür gibt es unterschiedliche Wege, ich mache es mit dem Bewusstseinsfeld, dann komme ich an in meinem Leben. Also, es geht ineinander über. Ich schaue mir Themen an, ich löse sie, ich heile meine Schmerzen. Dadurch komme ich natürlicherweise hier an. Denn das ist unsere Ausrichtung. Unsere Ausrichtung, das, was wir wirklich sind, ist da zu sein, präsent zu sein, wach zu sein, bewusst, liebevoll. Und wir haben es begrenzt durch Sachen, die wir erlebt haben, durch Dinge aus der Kindheit, Situationen aus früheren Leben, wo wir Schmerzen erfahren haben und uns dadurch von uns abgegrenzt haben oder gesagt haben, das möchte ich nicht mehr fühlen, das Fühlen grenze ich aus oder hier hat mich jemand verletzt, da bin ich doch lieber einsam. Heile ich diese Sachen, komme ich in meinen natürlichen Zustand zurück, zumindestens mehr als vorher. Dann bin ich natürlich hier. Und bei mir war das so, ich habe einen intensiven Weg hinter mir, ich habe auch intensiv an mir gearbeitet. Ich war fast jeden Tag im Feld drin, habe geschaut, habe gefragt, was ist mein nächster Entwicklungsschritt? Welche Themen gibt es zu heilen? Wie kann ich sie jetzt heilen? Was muss ich tun dafür? Und ich würde mal sagen, ich hatte einige, auch sehr tiefe Reisen, weil es auch wichtig war, um auch ein guter Begleiter zu sein, ein guter Therapeut sein zu können. Nach vier, fünf Jahren ungefähr habe ich mich auf einem Plateau gefühlt, wo ich die Wahrnehmung hatte, wow, hier fließt es. Hier bin ich sicher. Hier stehe ich wirklich. Es geschehen immer noch Sachen. Es rüttelt mal, aber ich bin wirklich safe. Sehr schön. Also es ist auf jeden Fall eine Zeit lang. Es ist so, dass es erst mal ein bisschen durchrüttelt. Ich finde den Gedanken schön, wie du gesagt hast, mit dem Ankommen. Und da kann es jetzt passieren, wenn ich mir das vorstelle, man schaut so ein Interview oder man schaut so die Leute auf YouTube an, die über solche Themen reden, dass man denkt, man kann erst ankommen, wenn man dies und das hat oder erreicht hat oder so und so ist. Und da habe ich gestern Abend ein schönes Erlebnis gehabt, weil bei mir, ich bin jetzt noch relativ frisch, sage ich mal, jetzt hier als ich in der digitalen Welt. Das ist ja erst ungefähr zweieinhalb Jahre her, dass ich damit angefangen habe. Es war erst auch durch Corona dieses ganze Thema. Und da ist noch ziemlich viel Trubel, aber gestern hatte ich das Gefühl, da habe ich meine kleine Tochter ins Bett gewippt und da muss ich wirklich sagen, das war ein Moment des Ankommens. Alles war durcheinander, zwei kleine Kinder, alles durcheinander und morgen zwei Interviews, ein Online-Kurs und so weiter. Und ich dachte, boah, wie mache ich das alles, weil die Kinder sind auch noch krank, erkältet. Aber dann war einfach so, danke. Danke, dass ihr da seid. Für alles, obwohl es so durcheinander ist. Das fand ich so schön, das so zu empfinden. Und da hatte ich wirklich, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal hatte, so vor Freude geweint. Dass ich einfach dachte, boah, das ist wirklich so ein Moment, der, ich habe mir gar nicht vorgehabt, hier zu teilen, aber es ist jetzt so passiert. Das ist einfach so dieses, ja so Ankommen und diese Freude einfach mal rauslassen, was ich auch echt lernen könnte. Mit Weinen habe ich meine Probleme gehabt und immer noch. Aber ja, ich finde einfach wunderbar, wie es möglich ist, die Zeit, die wir verbringen und auch für die Zuschauer, ich hoffe, ihr nehmt das genauso wahr, dass da ein neues Feld aufgeht und so viel Kontakt zu so wunderbaren Menschen, der wühlt einen auf und der macht einfach was frei. Das ist wichtig, wie du sagst, dieses Loslassen. Dieses Loslassen, dieses Freilassen, weil man kann ja als Mann, wenn man als Mann weint und darüber redet auch noch, da muss man was loslassen, weil anders kannst du das ja gar nicht machen. Weil die Gesellschaft das ja eher nicht so sieht. Also danke für deine wunderbaren Worte, die da auch, ja. Das Ankommen, Felix, hat, wie du dann auch merkst, so mit dem Außen gar nichts zu tun. Dieser Moment kann sein, wenn du mit deinen Kindern bist. Dieser Moment kann sein, wenn du ganz alleine irgendwo bist. Es ist wirklich, es hat mit dem Außen nichts zu tun. Eine Verbindung zu Kindern ist natürlich eine deutlich wahrhaftigere als eine Verbindung zu einem Auto, wenn man sagt, ich wünsche mir dieses oder jenes im Außen. Und dennoch ist es immer noch etwas im Außen, eine Verbindung zu Kindern. Sie ist schön, sie ist wahrhaftig, aber nicht mal die bräuchte es, um anzukommen. Ankommen hat mit dem Außen nichts zu tun. Und das ist wichtig. Wir finden die Freude nicht dort und dort. Die gibt es nur hier, die wahre Freude. Und im Loslassen wird sie natürlicherweise frei. Ich lasse ein bisschen Traurigkeit hier los. Ich traue mich hier mal zu weinen. Ich traue mich hier mal sauer zu sein. Ich sage hier mal meine Wahrheit. Und nach und nach merke ich, wie das, was unterdrückt wurde, nämlich meine eigene Energie, weil da lagen die Schmerzen drauf, die ganzen alten Geschichten, noch von den Eltern, vom Kollektiv und was da nicht noch so alles ist. Und dann kommt meine Freude. Und dann prägt sie sich aus in einem Moment. Und irgendwann brauche ich gar keinen Moment mehr dafür. Sie ist einfach da. Und wir erinnern uns daran, durch diese Verbindung, durch dieses Darüberreden, öffnen sich ja die Räume. Dann gehen die die Wahrnehmungen auf und dann werden wir dadurch erinnert. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die wo sind, wo wir auch gerne sein möchten. Weil wir uns erinnern. Und das muss nicht sein, dass jemand erfolgreich ist, sondern zum Beispiel, jemand ist in der Ruhe. Dann bin ich mit diesen Menschen zusammen, schließe vielleicht mal die Augen, fühle mal rüber, wie fühlt sich dieser Mensch an, dieser Körper, der in Ruhe ist, ausgeglichen. Oder jemand, der in Freude ist. Und dann erinnere ich mich dadurch. Und ich zum Beispiel kann Menschen erinnern an erweitertes Bewusstsein. Das kann ich einigermaßen gut. Und so gibt es ganz viele Menschen, die ihre Qualität haben, die sie einbringen. Und man kann sich wirklich kostenlos neben jemanden setzen, der in Ruhe ist, und mal rüberfühlen. Man erinnert sich ein bisschen dran. Dann gehst du nach Hause und denkst so, ach, wie würde der das jetzt machen? Ah, so ist das in Ruhe. Ja, es ist wunderbar. Ja, ich finde das so schön, weil das macht für mich eine Tür auf, die zeigt, der Wandel kann jetzt geschehen. Weil es ist nicht, wie du sagst, es ist nicht am Außen gekoppelt. Es ist einfach jetzt in dem Moment und auch wenn man jetzt in einer tubeligen Situation ist und man denkt, es ist alles durcheinander, dennoch können wir das irgendwie erreichen. Das ist, finde ich, ein Feld, das ist Magie irgendwie. Das ist was Höheres. Das ist, weil es die Ursache des Außen ist. Das Außen ist ja die Oberfläche und dahinter oder da drunter oder vorher, je nachdem, wie man es sagen möchte, ist das Geistige. Aus dem Geistigen kommt es dann in die Materie. Das heißt, Materie ist immer erst Schritt zwei. Und wenn wir uns entwickeln wollen, dann tun wir das nur wirklich nur sehr bedingt über die Materie. Wir machen es in uns, im Geistigen, im emotionalen Raum. Wir brauchen kein Außen dafür. Es ist wirklich unwichtig. Manchmal scheint es so, als ob es uns dabei unterstützt. Scheint so, ist auch in Ordnung, aber wir bräuchten es in Wahrheit nicht. Und ich habe auch auf meinem Weg festgestellt, irgendwann habe ich gemerkt, Stefan, dieses Loslassen geht immer weiter. Wenn es noch etwas gibt, was du in der Materie noch möchtest, mach es demnächst, weil es bald nicht mehr wichtig ist. Und das merke ich wirklich. Und das kann ich heute auch den Leuten raten. Wenn dir irgendwas noch sehr wichtig ist und du kannst es tun, mach es jetzt. Weil in zwei Jahren ist es dir vielleicht nicht mehr wichtig, dann ist es auch okay. Es ist völlig egal, ob du es gemacht hast. Aber wenn es dir sehr wichtig ist, mach es gleich. Warte nicht darauf, weil später brauchst du es teilweise gar nicht mehr. Dann sitzt du da und atmest und denkst, wow, ich atme. Also es geht so weit, tatsächlich. Wie sieht das bei dir aus, wenn du jetzt im Bewusstseinsfeld liest, du machst da einen neuen Raum auf, du ziehst dich zurück. Das ist schon ein Moment der Meditation. Kann man sagen, es ist eine Art der Meditation oder ist das was anderes? Wie siehst du das? Für die, die neu einsteigen, ist es eine Meditation. Und zwar läuft das so ab, man lernt erst mal, sich mit dem Feld, mit diesem Raum zu verbinden. Das geht sehr leicht. Das ist, wenn man es runterbricht, eine Meditation von drei Minuten. Um da reinzukommen. Man verbindet sich energetisch an die Erde. Man verbindet sich nach oben ins Geistige. Man atmet ein, zwei Mal, dass man ein bisschen in die Ruhe kommt. Und dann ist es ein Eintritt, also quasi eine Entscheidung. Es gibt keine Rituale. Es gibt keine Symbole. Nicht dieses, wo man vielleicht noch irgendwelche Energien benutzt, wo man gar nicht genau weiß, was sind die überhaupt. Es ist wirklich sehr einfach. Und dann ist man drin. Und dann geht es darum, Fragen zu stellen. Dann ist es so, als ob dieser Raum sich öffnet. Am Anfang natürlich erst mal etwas zarter. Je mehr man sich damit beschäftigt, merkst du richtig, wow, hier ist ein Bewusstseinsraum. Und wenn ich jetzt eine Frage stelle, ja, was ist denn mein nächster Schritt? Bumm, ist die Antwort da. Dann sind Worte da. Dann sehe ich ein Bild. Dann kriege ich ein Gefühl. Und ja, das muss man ein bisschen üben. Deswegen gibt es quasi auch einen Workshop, weil man am Anfang nicht immer gleich hundertprozentig sicher ist, stimmt diese Information wirklich? Und wie löse ich dieses Thema jetzt auf? Was ist denn die nächste Frage, die ich stellen soll? Das muss man echt ein bisschen üben. Aber es ist leicht. Es ist wirklich nur ein bisschen üben. Es ist nicht, dass man komplexe Sachen irgendwie durchdringen muss. Und mit der Zeit, je öfter man sich mit dem Feld verbindet, desto mehr ist es da. Desto mehr ist es Teil von dir selbst. Und bei mir ist es schon seit einiger Zeit einfach Teil von mir. Man kann mich in der Nacht um drei wecken, sagen, Stefan, was ist mein nächster Entwicklungsschritt? Da gucke ich kurz und sehe es dann. Weil dieses Feld sich schon so integrieren konnte. Und dadurch, dass es bei mir integriert ist, kann ich auch anderen helfen. Ich bin wie so eine Brücke, dass sie in ihr, in ihren Teil des Bewusstseinsfeldes eintreten. Also ich gebe nicht irgendwie, schau mal, das kriegst du von mir. Und jetzt darfst du, weil ich dir irgendwas gegeben habe, immer da rein. Sondern nein, ich zeige dir nur, guck mal, so geht der Weg. Und das kann, jetzt üb mal ein bisschen, ich helfe dir dabei und dann kann man es ein Leben lang für sich nutzen. So ungefähr ist der Ablauf. Super. Ja, sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir noch mal auf einen Punkt und zwar die Reinheit. Weil ich denke, die Reinheit ist ein großer, eine wichtige Eigenschaft, um auf dem lichtvollen Weg zu bleiben. Und es ist natürlich so, dass wir kennen wahrscheinlich alle irgendwelche Filme, wo die CIA mit irgendwelchen Gedanken versucht, irgendwie zu beeinflussen oder Spiele. Und natürlich arbeiten auch dunkle Kräfte mit diesen Energien und mit diesen Feldern, vielleicht nicht mit dem Bewusstseinsfeld, weil es höher schwingt ist, aber mit dem morphogenetischen Feld dann in dem Falle. Wie meinst du, können wir uns davor schützen, dass wir halt nicht unsere eigenen Gedanken oder Wünsche da jetzt hineinprojizieren und dass wir dann die auch runterholen und denken, nein, das ist das Höhere. Das ist aber vielleicht etwas, was gar nicht das Höhere ist. Also Punkt eins dazu, dass jeder erst mal weiß, niemand ist 100% rein und durchlässig. Wenn wir das nämlich wären, wären wir so nicht mehr hier auf dieser Erde. Dann sind wir andere Wesen, wenn wir ganz durchlässig sind. Das bedeutet, egal was ich mache, ein bisschen färbe ich es immer. Auch eine Lesung. Also irgendwo wird es mal dieses eine Prozent oder halbe Prozent geben. Was ich erfahren habe, ist, dass tatsächlich 95% plus absolut unterstützend sind und rein und wahrhaftig und manchmal ist es hier ein bisschen gefärbt und da so ein bisschen gefärbt, führt aber am Ende trotzdem zum Ergebnis. Also, dass man sich keine Sorgen macht in dem Sinne, Oh, könnte ich jetzt einen Fehler machen? Das sehe ich als wichtigsten Punkt. Der zweitwichtigste Punkt, um wirklich auf dem lichtvollen und liebevollen Pfad zu bleiben, ist, aufmerksam zu sein für das eigene Wollen und das eigene Ego. Und das ist nicht so leicht. Das ist einfach auch wieder eine Übung. Weil, wenn ich mich hinsetze und für jemanden lese und ich will, dass ich jetzt eine gute Lesung mache, dass ich dem jetzt helfe, dass ich gute Informationen für ihn abrufe, dann kann es sein, dass ich da einhake, dass mein Ego da mitmacht, weil es jetzt besonders toll sein möchte. Und wenn ich aber hingehe und sage, okay, ich habe verstanden, ich kann das eh nicht kontrollieren, ich gebe mich hin und ich fühle mit und ich erlaube, dass das geschieht, was geschehen möchte. Es dürfen die Informationen kommen, die jetzt durchkommen wollen. Und dann, während sie kommen, fühle ich mit, sind diese Informationen unterstützend? Sind die wahr? Und das fühlt man. Mit ein bisschen Übung fühlt man das. Denn wir kriegen auch Lernaufgaben aus der geistigen Welt. Auch beim Lesen im Bewusstseinsfeld kommt irgendwann mal jemand, ein lichtvolles Wesen und sagt, schau mal, hier ist die Antwort und du merkst, irgendwas stimmt nicht. Und dann fragst du, was stimmt denn hier nicht? Und dann merkst du, das war eigentlich ein dunkles Wesen, verpackt in Licht. Und das kommt aus dem Grund, damit wir diese Unterscheidung lernen. Und zwar nicht eine Unterscheidung über die irdischen Sinne, sondern über das Fühlen. Über das Fühlen kann ich nämlich tiefer hineinschauen in etwas. Also auch das ist eine normale Übung und indem ich schon weiß, dass es das gibt, dass die dunkle Seite sich mir auch nähert und mich testet, kann ich dafür aufmerksam sein, ohne Angst zu haben. Denn ich merke es auch sehr regelmäßig. Ich habe Bekannte, die kommen immer mal wieder zu mir. Einer insbesondere, der sagt hier, ich habe jetzt hier etwas, damit kann ich alles auflösen. Damit kann ich jetzt jeden Glaubenssatz auflösen. Oder ich habe hier einen Anhänger, der macht dies und das. Und dann fühle ich da rein und merke sehr regelmäßig, dass das, was vordergründig gut scheint, aber noch wie ein kleines trojanisches Pferd in sich hat, weil dieses Wollen so stark ist. Ich will mich jetzt gegen 5G schützen. Ich habe Angst. Also mache ich mir einen Anhänger um. Dieser Anhänger sorgt aber in seinem Kern auch dafür, dass ich weiter in der Angst bleibe und mich in dieser Schleife bewege. Also führt er mich auch zum Teil wieder in die etwas dunklere Richtung rein. Und irgendwann habe ich mal gefragt, ja zum Beispiel, jetzt habe ich das Thema 5G mal angesprochen, habe ich das Pferd gefragt, ja was hilft denn, was kann man denn machen, wenn das wirklich solche Ausprägungen hätte und so ungesund sein würde für Menschen? Und dann kam eine Antwort. Liebe. Fühle Liebe in dir. Zu dir selber, zu den anderen und auch zu dieser Technologie. Und dann bist du in einem Energielevel, was deutlich höher schwingt. Also es ist ein ständiger Prozess, immer wieder diese Angebote, die von der dunklen Seite kommen, nicht anzunehmen. Für die, die Fernsehen schauen, da könnte man auch immer wieder sagen, also ich habe da schon oft länger nicht mehr reingeschaut, aber mal am Rande kriege ich so Sachen mit. Da gibt es auch von der Politik oder von irgendwelchen Interessensverbänden, von den Medien Angebote einzusteigen, sich Sorgen zu machen, auf jemanden böse zu sein, jemanden zu verabscheuen. Oder man sagt, okay, ich akzeptiere das, wie es ist. Wir sind einfach kollektiv an diesem Punkt, wo es auch solche Wesenheiten gibt, die Dinge machen, die den anderen nicht gut tun. Also aufmerksam zu sein, wo versucht auch die dunkle Seite, mich auf ihre Seite zu ziehen. Das ist natürlich, weil es ist wie ein Vakuum. Das Licht zieht mich an, die Dunkelheit zieht mich an. Und dann, sagen wir mal ganz einfach, entscheide ich auf eine Art und Weise, wo möchte ich hingehen. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach diese Website www.fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung. Das ganze Interview, das ist mir einfach geteilt, das ist mir einfach zu spür und nicht gut, nichts weiterzuschauen.